Worauf Sie unbedingt beim Goldkauf achten sollten, das verraten wir alles in diesem Video. Egal ob Goldmünzen oder Goldbachern, ob Sie Einsteiger, Fortgeschrittener sind, kleiner oder großer Investor. Ich habe heute für alles Antworten mitgebracht, liebe Zuschauer. Wir berichten heute über die häufigsten Fehler bzw. die Dinge, auf die Sie unbedingt achten sollten, wenn Sie jetzt in den Edelmetallmarkt einsteigen. Die neue Edelmetallwelle oder der Aufschwung der Preise in den letzten Wochen hat ja viele neue Anleger in den Markt bewegt. Wir möchten auch Ihnen dabei behilflich sein, wie wir schon die letzten Jahre auf unserem YouTube-Kanal waren, die teuersten Fehler zu vermeiden bzw. die besten Tipps zu nutzen. Beginnen wir doch gleich mal, liebe Zuschauer. Ich habe hier vor mir zwei wunderbare Münzen aufgebaut. Zum einen haben wir den Krügerand und zum anderen den Maple Leaf. Wer ganz neu in den Markt einsteigt, dem sagt das gar nichts. Der ist vielleicht auch erstmal Barren fixiert. Und da wären wir auch schon bei der ersten Frage. Münzen oder Barren, was eignet sich für mich am besten? Es gab früher mal den Grundsatz, dass Barren günstiger waren als Münzen, weil die Prägekosten bei Barren geringer waren als bei Münzen. Das ist heute nicht mehr der Fall. Münzen und Barren, das macht sich etwa die Waage. Es werden mittlerweile deutlich mehr Münzen als Barren verkauft. Das liegt einzig und allein daran, dass Münzen eine bessere Anerkennung, wenn man es beispielsweise auf unser Geldsystem bzw. auf unsere Portemonnaies umwälzt und sich mal anschaut, dass wir mit dem Kleingeld mehr vertraut sind als mit Barren, dann hat das so etwas Instinktives, warum die Menschen den Münzen vielleicht ein Stück weit mehr als den Barren vertrauen. Eine Münze ist aufwendiger in der Prägung. Eine Münze hat meistens mehr Fälschungssicherheit. Das heißt, eine Münze ist entsprechend teurer in der Produktion. Im ersten Blick, wenn man aber mehr davon produziert, kommt man ungefähr auf die gleiche Fixkostendekoration wie bei einem Barren. Was für Sie als Einsteiger bedeutet, dass eine Münze auf jeden Fall die erste Wahl ist. Die Frage ist nur Maple Leaf, Krügeran, Kangaroo Nugget, Wiener Philharmonica, Gold, Vreneli und was es auch alles Tolles an diesem Markt gibt. Was ist für Sie erstmal die richtige Wahl? Wenn wir jetzt mal auf die Münzen schauen, dann haben wir ganz klar hier die Nummer 1, den Gold Krügeran, die meistverkaufte Goldmünze der Welt. Sie sehen es, den gibt es als eine Unze, als Viertelunze, als Halbeunze und als Zehntelunze. Es gibt auch einige Sondergrößen, die in den letzten Jahren erschienen sind, gerade zum 50. Geburtstag. Ja, Sie hören richtig, die Münze gibt es schon seit 50 Jahren, erstmals 1967 geprägt. Aber hier haben wir auch eine wunderbare Münze, die dieses Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum feiert, und zwar der Gold Maple Leaf. Den gibt es sogar noch in einer Größe mehr, nämlich in der Unze, in der Halbe, in der Viertel, in der Zehntel, in der Zwanzigstel Unze. Das Schöne ist beim Maple Leaf, hier reden wir von einer klassischen Feingoldmünze. Das heißt, wenn wir von einer Feingoldmünze mit 999er Feingehalt sprechen, bedeutet das für Sie, es sind von 1000 Teilchen mindestens 999 Teilchen Feingold. Beim Krügeran ist es anders, davon sind 91,6% Feingold und der Rest ist Kupfer. Also auch hier haben wir einen weiteren Unterschied herauskristallisiert. Es gibt eben verschiedene Feingehalte und es gibt verschiedene Größen. Aber worauf muss ich jetzt achten, wenn ich einsteige, was ist für mich das Richtige? Bei der Münze an sich, wenn man eine kleinere Münze kauft, muss man einfach wissen, dass die Prägekosten für kleinere Münzen deutlich höher als bei größeren Münzen sind. Also eine Zehntelunze kostet im Verhältnis mehr als eine ganze Unze. Man bekommt aber bei einer Zehntelunze das, was man mehr bezahlt, im Wiederverkauf, verhältnismäßig ebenfalls auch wieder raus. Und genauso ist es bei Barren, ob Sie einen Kilogramm Barren kaufen oder 1000 Eingramm Barren. Sie zahlen verhältnismäßig mehr Prägekosten bei den Eingrammstücken, bekommen aber im Wiederverkauf natürlich auch mehr bezahlt für diese vielen Eingrammstücke. Wichtig ist einfach im Hinterkopf zu behalten, was möchte ich machen? Möchte ich eventuell schnell wieder verkaufen? Wenn die Preise weiter so rasant steigen, wie es momentan der Fall ist, könnte es durchaus der Fall sein, dass es sinnvoll ist, kleine Stücke zu besitzen, auch zum Tausch oder um so schnell wieder liquide zu machen. Denn wenn ein Goldbarren vielleicht irgendwann mal 100.000 oder sogar 200.000 Euro kostet, also so ein Kilogramm Goldbarren, der momentan etwas über 50.000 Euro kostet, dann wird es vermutlich schwer, einen Abnehmer zu finden, der Ihnen schnell, vor allem im Privatkundensegment, diesen Barren wieder abkauft. Welche Tipps sollte man noch beachten? Wir haben jetzt behandelt, ob es Münzen oder Barren sein sollen. Das liegt natürlich so ein bisschen bei Ihnen. Wenn Sie mehr Sicherheitsmerkmale und vielleicht auch mehr Wertsteigerungspotenzial haben möchten, dann gehe ich eher zu Münzen. Wenn es Ihnen darum geht, möglichst günstig einzukaufen und sehr homogen, jedes Jahr das gleiche Produkt, ohne dass sich die Optik ändert, ohne dass ein neuer Jahrgang draufsteht, dann gehe ich eher auf Barren. Es gibt so einen schönen Zwitter bei den Barren, die nennen sich Kombibarren, die werden wir hier auch mal einblenden. Ganz tolle Idee, das sind vorperforierte Barren, wo man immer in ein Gramm Stückchen abbrechen kann. Die gibt es auch in 100 mal 0,5 Gramm oder in kleineren Stücken, wie beispielsweise der 5, 10 oder 20 Gramm Variante. Also hier ist für jeden was dabei. Das bedeutet, Barren haben auch die Möglichkeit, als Krisenschutz zu dienen, sind aber eben nicht gesetzlich anerkannte Zahlungsmittel. Und da sind wir schon beim nächsten Unterschied. Eine Münze ist eben gesetzlich anerkannt als Zahlungsmittel, was bedeutet, dass sie in dem Fall die Möglichkeit damit hätten, zu bezahlen. Das ist auch Bargeld, in dem Sinne so, es ist Geld letzten Endes, dass es vom Staat herausgegeben wird, das so nicht verboten werden kann. Und was wir noch behandelt haben, sind die Größen. Ich sage immer, für einen Einsteiger macht es erstmal, sie in kleinere Stücke aufzubauen, etwa ein Drittel des Portfolios oder vielleicht sogar 50 Prozent, je nachdem, ob man sich auf eine Krise vorbereitet oder auf die Altersvorsorge. Und dann kommt man zum nächsten Schritt, in welcher Qualität man die Münzen kaufen soll. Wir reden hier, wenn wir die klassischen Anlageprodukte sehen, von sogenannten BU-Münzen. Im Englischen kommt der Begriff daher, dass man das Brilliant Uncirculated nennt, was so viel wie Stempelglanz bedeutet oder prägefrischt. Prägefrische Stempelglanzmünzen sind einfach Münzen in einer Standardprägung, in einem einfachen Prägeverfahren, das sehr günstig ist, das sich für jeden Anleger eignet, wer neu in den Markt investieren möchte. Wenn jemand sagt, ich möchte ein bisschen was Exklusiveres, oft auch mit einer Limitierung verbunden, dann nimmt man eher eine politische Platte. Eine politische Platte ist die bestmögliche Prägequalität. Und wer da noch einen oben draufsetzen möchte, der kauft sich dann gecreatede Münzen. Das sind Münzen, die entsprechend von verschiedenen Institutionen bewertet werden nach der Qualität. Hier haben wir auch schon mal ein Video darüber gemacht. Das werden wir hier an der Stelle einblenden, liebe Zuschauer. Aber wieder zurück zur Qualität, als Einsteiger immer darauf achten, Stempelglanz ist die typische oder BU, wie im Englischen beschrieben, ist die typische Prägequalität, die Sie dann als Einsteiger wählen sollten. Also wir haben jetzt die Prägequalität, wir haben die Stückelung, wir haben die Frage, ob Münzen oder Wachen. Die Frage ist, wo kaufe ich denn meine Münzen? Gehe ich jetzt zu irgendeiner Sparkasse? Gehe ich zur nächsten Volksbank? Gehe ich zum nächsten Goldhändler? Gehe ich ins Internet? Wo kaufe ich mein Gold? Ganz wichtig ist für mich persönlich, und deswegen stehen wir heute auch mit Gesicht und unserem Namen da, dass ich eine vertrauenswürdige Anlaufstelle habe, zu der ich gehen kann, wenn es Probleme gibt. Es passiert jedem, das nehmen wir uns nicht außen vor, dass eine Münze eventuell mal eine kleine Schramme hat, auch wenn wir eine Qualitätskontrolle haben, die mittlerweile ein Vier-Augen-Prinzip darstellt. Aber es kann trotzdem einfach mal was sein. Und dann ist es wichtig, dass wenn entsprechende Reklamation da ist, dass Sie einen Ansprechpartner finden, der das Problem schnell behebt. Und da heben wir ganz stark die Hand, weil wir sagen, unsere Expertise ist einfach der Service. Wenn es mit dem Kunden ein eigenes Anliegen spezieller wird, dann sollte man einen Händler haben, der auch ans Telefon geht, der einen berät. Wir haben viele tolle Kundenberater mittlerweile am Telefon, die sich die Zeit für Sie nehmen und mit Ihnen dann entsprechend individuell ein Beratungskonzept aufbauen. Das kostet auch nichts, können Sie sich mal kostenfrei beraten lassen und an der Stelle dann auch miteinander telefonisch den Kauf abschließen. Also um diesen Punkt vielleicht für Sie ein bisschen einfacher zu machen, achten Sie auf vertrauenswürdige Quellen, die dementsprechend viele Bewertungen haben, die es vielleicht schon ein paar Jahre gibt. Wir feiern dieses Jahr unser 10-jähriges Firmenjubiläum. Wir haben hier in Villingen-Schwenningen unser Headquarter, wo die Mitarbeiter auch in der Filiale oder in der ehemaligen Schalterfiliale sitzen. Heute unser Handelszentrum, unser europäisches Handelszentrum für die Edelmetalle, für den Online-Handel. Da haben wir uns etwas stärker fokussiert. Und dann ist es ganz wichtig, dass Sie auch einen Händler haben, der sich mit dem Versand sehr gut auskennt. Denn wenn Sie ein Paket bekommen sollten, das unter Umständen vom Händler nicht versichert ist und das Paket kommt nicht bei Ihnen an, dann haben Sie unter Umständen Probleme, müssen zum Anwalt rennen. Also da sage ich hier an der Stelle, wir versichern jedes Paket. Auch da ist es ganz wichtig, sich vorher schlau zu machen, dass man einfach eine vertrauenswürdige Quelle hat. Und ja, wenn Sie dann nicht ganz sicher sein sollten, ob Sie vielleicht online einkaufen, nehmen Sie einfach den Telefonhörer in die Hand und tätigen Sie die Bestellung telefonisch. Ich glaube, hier an der Stelle kann man dann letzten Endes ausschließen, dass man an einen Betrüger gerät, weil die meisten, die sich wirklich Zeit für Sie nehmen, die Sie intensiv beraten, die Sie auch an der Hand nehmen und ein bisschen individueller auf Sie eingehen, sind nicht diejenigen, die eher auf schnelle Geld aussehen. Meistens sind es die Online-Shops, die man dann, wenn man bei Google Gold kaufen eingibt und massiv günstigere Preise als der Rest haben, die dann die schwarzen Schafe sind, weil jeder kocht hier mit Wasser, wir haben geringe Aufschläge in der Branche und es gibt eigentlich keinen, der weit unter Marktwert verkaufen kann. Und diesen Tipp sollten Sie sich hinter die Ohren schreiben, kaufen Sie niemals zu günstig ein. Meistens zahlen Sie dann doppelt drauf. Wir haben auch schon viele Videos gemacht, wie Kunden entsprechend schlechte Kauferfahrungen gemacht haben, weil sie den Betrügern die Arme gelaufen sind und das möchten wir an der Stelle auf jeden Fall vermeiden. Und ein ganz wichtiger Tipp ist für Sie die Aufbewahrung. Wenn Sie Gold kaufen, halten Sie es mindestens ein Jahr, denn nach einem Jahr ist für Sie die Steuerpflicht abgegolten. Das heißt, Sie müssen nichts mehr versteuern. Den Gewinn können Sie komplett steuerfrei einstecken. Das gilt für Gold, Silber, Platin und Palladium aber auch. Und als letzten Tipp für Sie zum Thema Gold kaufen, worauf Sie achten sollten, möchte ich Ihnen einfach die Verwahrung noch an die Hand geben. Der erste wichtige Tipp ist, kaufen Sie sich die passenden Münzkapseln oder Münztaschen dazu. Die werden bei uns im Onlineshop schon immer dazu empfohlen. Wenn Sie da Fragen haben sollten, einfach auf Münzzuhör klicken, dann können Sie nach Millimeter sortiert die passenden Produkte dazu bestellen. Ein paar Münzhandschuhe empfehle ich jedem, der neu einsteigt, wenn er seine Münzen auch mal anschauen möchte, damit man sie nicht mit bloßen Fingern anfasst und direkt Flecken drauf hinterlässt, die man dann unter Umständen schwer wegbekommt. Und dann ist natürlich die Frage, Tresor oder nicht? Ich bin ein riesiger Freund eines Tresors. Wenn Sie eine eigene Immobilie haben sollten und eine Versicherung, die mit Ihrer Hausratversicherung sozusagen gekoppelt, den Tresor versichert, ist das meines Erachtens der günstige und vor allem der sicherste Weg, wenn es mal zu einem Eingriff des Staates ins Bankensystem kommt. Denn wenn Ihre Edelmetalle in irgendwelchen Schließfächern verwahrt sind, dann ist es natürlich ein einfaches vom Staat zu sagen, so, jetzt unterliegt das Ganze uns und jetzt haben wir Zugriff auf die Tresore, auf die Schließfächer und schauen uns an, was da drin ist. Und außerdem kann man bei den Banken die Edelmetalle nicht unbegrenzt versichern. Also an der Stelle ganz wichtig für Sie, machen Sie sich vorher Gedanken, wo Sie das lagern. Es gibt auch viele unserer Kunden, die sagen, ich verteile das in meinen eigenen Räumlichkeiten. Auch hier werden wir nochmal das Video einblenden mit den besten Verstecken, das wir vor kurzem erst veröffentlicht haben, kamen sehr super an. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn Ihnen die Tipps weiterhelfen, geben Sie uns gerne einen Daumen hoch. Abonnieren Sie den YouTube-Kanal, schalten Sie gerne wieder ein und ja, schreiben Sie unten mal in die Kommentarfelder, ob Sie vielleicht noch den ein oder anderen Stolperstein haben, was Ihnen schon mal misslungen ist. Natürlich gibt es auch viele Produkte, vor denen man die Finger lassen sollte. Auch hier werden wir nochmal ein Video für Sie einblenden. Ich möchte Sie gar nicht überfordern, aber wir haben vor kurzem vor den Produkten abgeraten, von denen man als Anfänger unbedingt die Finger lassen sollte. Dazu gibt es ein eigenes Video, das wir hier an der Stelle, wie gesagt, einblenden werden. Wenn Sie jetzt in unserem Online-Shop ein bisschen stöbern möchten, klicken Sie gerne unter dem Video auf den Produktlink, ansonsten freue ich mich, wenn Sie unseren YouTube-Kanal abonnieren und wir uns bald schon wiedersehen. Machen Sie es gut und tschüss.